...von G-Kiron aus Hegel in 56,56 Sekunden. Hier fangen Sie den Abzug auf die Landerbrief vor. G-Kirak-Gablauer in 57,56 Sekunden. Ja, das gab ja immer so gut, da gibt es meine Damen und Herren. Es war ja in diesem Jahr so toll, erfolgreich. Zwei Jahre. Bei den Deutschen Meisterschaften. Der Abstand. Vorgebobtes Besitz. Und die ganze Zeit, die die Karte, die 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 Neu-Penalien. Danke, Herr Hübert. Das war ja wirklich so praktisch. Da habe ich ganz schnell 59,56 Sekunden, circa. Herr Hübert, ich würde sagen, wieder in der Marathon gefahren. Ich bin ganz sicher, dass es noch nie viel schneller wird. 59,56 Sekunden. Gefrüßt meine Ops.